Hallo, ich bin Alexei Schulz, Produktmanager für Beleuchtungssysteme bei Sigma Sport. Heute stelle ich dir die Lightstar als neue STVZO-Leuchte in unserem Beleuchtungsortiment vor. Die Besonderheit der Lightstar ist ihr für den Gegenverkehr absolut blendfreies Lichtbild. Das erreicht sie durch eine Hochleistungsoptik, die zudem Fern-, Nah- und Seitenbereiche absolut gleichmäßig ausleuchtet. Kombiniert wird diese Linsenoptik mit einer High-Power-LED, wodurch die Lightstar eine maximale Beleuchtungsstärke von 20 Lux erreicht. Für diese hohe Lichtleistung werden wahlweise vier Doppel-A-Batterien oder Akkus benötigt. Sie liefern der Lightstar Energie für bis zu 20 Stunden Brenndauer. Damit du sicher im Straßenverkehr unterwegs bist. Ebenso verfügt die Lightstar über einen integrierten zweistufigen Batterieindikator, der dich zuverlässig über die verbleibende Brenndauer informiert. Verwendest du wiederaufladbare Batterien, so lassen sich diese bequem und einfach über die integrierte Ladebuchse in der Lightstar wieder aufladen. Und ob die Akkus voll sind oder noch geladen werden müssen, zeigt der Ladeindikator an. Ein weiteres überzeugendes Merkmal der Lightstar ist ihre einfache und werkzeugfreie Montage mit der bekannten Sigma-Click-Halterung. Sie lässt sich an allen gängigen Fahrradlenkern von 22 bis 32 mm Durchmesser anbringen, was die Lightstar an jedem Fahrrad einsetzbar macht. Abgerundet wird die einfache Bedienbarkeit durch die eingebaute Slide-Funktion. Hierdurch lässt sich die Leuchte für den Diebstahlschutz schnell und einfach von der Halterung abnehmen und in einer Tasche verstauen. Die Lightstar hältst du einzeln oder in verschiedenen Sets mit der Cube Rider 2. Weitere Infos findest du auf unserer Webseite unter www.sigmasport.com www.sigmasport.com www.sigmas,-m-sigmas,-错- special, www.sigmas,-m-esigmas,-m-sigmas,-m-sigmas,-m- 최근,